Also gehört haben wir schon früher in den 42er Jahren, dass die Partisanen in der Gegend sich aufhalten. Aber der erste Kontakt war zu Ostern 43er Jahre, sind die ersten Partisanen gekommen und an die Tür bzw. Fenster geklopft. Mutter macht's auf, die Partisanen sind da, das Heer des slowenischen Volkes. Wir werden wieder den Faschismus vernichten und ihr werdet wieder frei. Nachher waren wir schon in Verbindung, die haben gesungen, das Lied komme ich werde nie vergessen, solange das ich erleben werde, als ich gesungen habe und eine Frau war mit, die hat Harmonika gehabt und wir waren sofort Freunde und nachher mussten wir sie unterstützen, jeden Tag ins Wald essen tragen und abends sind sie wieder gekommen und so weiter und so war der Widerstand organisiert und auch, das hat nachher, war man immer stärker.